Spiderman 2 Szene Ich muss den Zug in der Tee aufhalten Ah, ah, ah Oh, muss man sich hier konzentrieren Sonst schafft man das nicht Na Das ist nämlich sauknapp Oh, sauschwer zumindest Immer wieder zack, zack, zack Ah Man muss so gut wie alle treffen Sonst schafft man das nicht Kann man leider, glaube ich, nicht überspringen, ne? Da muss man sich immer und immer wieder angucken Ich hoffe, ich schaffe es diesmal Wie aber da drauf landet, sieht saugeil aus Das muss man ja schon sagen Ich glaube, ich schaffe es diesmal, bitte Jawohl, diesmal geschafft Zug steht Perfekt Und noch einen stylischen Abgang gemacht Was will man mehr? Super Netzangriff Festlich das nun eh Das werden wir dann mal testen Wenn wir soweit sind Und es einsetzen können Ich weiß selber jetzt gerade nicht mehr, weil das war Äh, gucken, welche Mission ist denn hier in der Nähe? Apokalypse The Wolf Ähm Ja Nehmen wir den Wolf Machen wir die, mache ich die Mission noch eben Und dann ist für mich auch Feierabend heute Das sollte dann glaube ich erstmal wieder reichen Ich spiele schon mittlerweile seit einer Stunde und zehn Minuten glaube ich wieder Viermal spät in der Nacht Ich dachte mir mal angewöhnen, früher aufzunehmen Dann kann ich auch länger zocken Aber ich zocke ja regelmäßig Deswegen solltet ihr ja nichts machen Hilfe, Spider-Man, bitte Hilfe Hilfe Oh Gott Hilfe Bitte Hilfe Hey, was ist denn das für ein sinnloses Geheule? Ihr Superhelden-Typen steht nur leider nicht in den gelben Seiten Ich bin Detective The Wolf Ich, äh, brauche deine Hilfe Die Polizei will meine Hilfe? Inoffiziell Der Drachenschwanz-Orden benutzt ein Lagerhaus, um Waffen zu schmuggeln Ich bekomme keinen Durchsuchungsbefehl Komme also nicht an sie ran Und ich brauche keinen Durchsuchungsbefehl Genau das meine ich Okay, bin dabei Damit das klar ist Ich mag euch maskierte Typen nicht Wir sind also kein Team Wir mögen nur zufällig die gleichen bösen Jungs nicht, stimmt's? Sowas in der Art Und besorg dir Beweise, bevor du den Laden auseinander nimmst Bilder oder so Dann bringt die Anklage auch etwas Wenn die Polizei anrückt, um die Sache zu untersuchen Vermassel das bloß nicht Äh, mit Vergnügen Äh, los geht's Drachenschwanz-Orden Das ist so dieser Kung-Fu-Fighting Ähm, Pipapo und was weiß ich Ich möchte gerne bösen Jungs In dieser Anzeige siehst du, wie nah du an dem Ziel, das du gerade verfolgst, dran bist Versuche die Verfolgeranzeige in der Mitte zu halten Das wäre optimal Na, wir müssen erstmal jetzt hier ein bisschen verfolgen Da hin sehen wir das Auto Aber dann müssen wir erstmal verfolgen Da lalalala Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da hinten Einmal hier drüber Und dann Da lang Da Müssten Da vorne sein Wir dürfen uns nicht entdecken lassen Nein, du siehst uns nicht Aber wir sind ja sehr am Zielort Ich suche besser einen anderen Weg rein Ja, der direkt oben drauf ist Vielleicht wäre jetzt der richtige Moment für ein Foto Wie abgebrochen Sehr gut Wir haben euer Geld Zack, Foto gemacht Künstlerisch Nö, nö, lass ich schon nicht entkommen Ich kriege euch Na, komm Na, jetzt aber Aua Na, versuchen wir mal mit Schwingen drauf zu kommen Oder auch nicht Ich komm nicht auf das scheiß Auto drauf Was ist denn das hier? Jetzt sag ich nicht, die sind abgebogen Äh Ach, kommt Leute Jetzt bin ich drauf Eins Und zwei Na, komm, da geht aber schneller Da Da sieht man sie Möchte ko- Möchte gern Kung Fu Ich mag es nicht, wenn Leute in meiner Stadt Waffen schmuggeln Und Hoch mit dir Jetzt einmal zu DeWolf zurückkehren Und hier die Beweise liefern Dann ist die Mission auch erledigt Eins und zwei So Und weiter Ach ja Einmal zweit Und da sind wir auch schon Hey, Netzheini Gute Arbeit in dem Lagerhaus Ich helfe doch gern mal Ach ja, das Foto war auch toll Wird im Fall echt weiterhelfen Hey, wenn du die Verbrecherjagd mal satt hast Kannst du immer noch Fotograf für den Bugel werden Danke Ich werde daran denken Wenn die wüsste Dass wir schon längst Fotograf im Bugel sind Aber Ähm Komm, eine Mission geht noch Dann nehmen wir jetzt mal Nicht Apokalypse Sondern 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 Äh Nehmen wir jetzt Ja, Candy habe ich jetzt keine Lust drauf Die mag ich irgendwie nicht Jetzt sind wir irgendwie extra da hinten Und schwingen wir uns mal seelenruhig dahin Während wir in der tiefschwarzen Nacht schwingen Wir schwingen uns in der Wir schwingen uns dahin Während wir in der tiefschwarzen Nacht schwingen Ein sehr, sehr sinnvoller Satz von mir So, da ging bei mir gerade die FPS ein bisschen in den Keller Das liegt aber nicht an den zu vielen Bäumen da drüben Der PC arbeitet gerade aus irgendeinem Grunde Wie ein Blöder Na, ich schwinge uns mal hier kurz hier durch Nehmen wir eine Abkürzung Auf Verbrecherjagd habe ich gerade keine Lust Klingt nach Ärger Ich sehe besser nach Hast keine Zeit Du hast eine andere Mission vor